Leute, jetzt hat es ein bisschen einziehen können. Manu ist hier fleißig mit dem Gemüse zu Gange. Draußen haben wir schon eine riesen Pfanne hergerichtet, aber die ist da noch nicht fertig. Gemüse macht heute Manu, da bin ich froh. Brauche ich mich nicht darum kümmern. Und jetzt warten wir, was ich hier zum Füllen bekomme, mit was das Brat halt gefüllt wird. Sprich einmal Gouda, einmal Kochschinkel, kommt noch was dazu, einmal Tomaten. Die kannst man halbieren, da brauche ich immer. Ja, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Kommt Zwiebel auch noch dazu? Nee. Okay. Aber Würze, wenn wir das Gemüse, oder? Ist sie Würze? Ja, es genügend Würze jetzt dran. So, wie viele Scheiben haben wir hier? Sechs, kann ich schauen. Damit sind wir so halbiert. Eins, zwei, vier, fünf. Dann gibt man mal immer, immer eine Scheibe. Kann man da den Schinken so reinstoppeln, wenn wir den überhaupt hier überall alles komplett rein kriegen. Das ist jetzt nämlich die Frage aller Fragen. Da wird nichts mehr kleiner gemacht. Okay. Und brauchst du auch nicht flüstern. Weil die Leute dürfen ruhig hören, wenn du sowas zu sagen hast. Zwei Tometchen. So, das wäre das erste Fach. Genau so, irgendwie werde ich jetzt den kompletten Braten füllen. Zumindest werde ich das jetzt probieren. Und euch natürlich dann präsentieren, wenn er fertig ist. Oder wir lassen das Video einfach ab jetzt ganz schnell durchlaufen und hören mit dem Gelabere auf. Kreuzblutige Hennerkäpfel nicht den erwischt, der so viele Dinger da rein geschnitten hat. Ja, ne. Das frage ich mich jetzt auch. Oh, letztes. Vorletztes. Ne, da brauchen wir nichts mehr rein tun. Mhm. Machst du noch immer Schnur so, außer Rumpen? Nö. 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 Obwohl. Oh, siehst. Hier fliegen Tomaten. Fliegende Tomaten sind das. Fliegende Tomaten. Wenn man hier ein bisschen stopft, dann kriegt man das doch alles rein. Freunde, das mag jetzt vielleicht etwas brutal aussehen. Aus dem einfachen Grund, weil das auch etwas brutal ist. Dafür schmeckt es gut anschließend. Ja, das möchten wir ja wohl hoffen. Ja. Das wird nicht gehofft, das ist so. So. Immer noch die andere Hälfte. So. Und ab in die Form. Wo ist die Form? Wo ist die Form? Ähm. Hier jetzt noch das ganze Gemüse. Da hinten ein Knofi. Der kommt, glaube ich, dann etwas später dann dazu. Aber Manu kennt sich ja mit der Chem mittlerweile doch ein bisschen aus. Muss man so sagen. Und ja, wenn es was zum Gucken gibt, wird sie die Chem dann für euch bestimmt einschalten. Ich übergebe jetzt an dich mit dem Gemüse. Mit dem Fleisch bin ich fertig soweit. Gut. Ja. Manu hat ja die Tomaten halbiert. Äh. Ja. Keine Ahnung. Wir sehen ja nachher draußen in der Pfanne. In der großen Pfanne. Die ich euch jetzt zeige. Tja. Was da alles an Gemüse drin ist. Und Manu wird es bestimmt auch noch sagen. Leute. Manu wollte es ja alles in der Pfanne machen. Ich hoffe, die ist groß genug. Ja. Und wo kommt die Pfanne drauf? Ihr kennt ja alle von den letzten Videos hier. Die Feuerschale, wo der Manne gebaut hat. Aber jetzt passt es mal auf. Was es der noch zu der Feuerschale dazu gebaut hat. Mhm. Nämlich eine Gerätschaft um diese Riesenpfanne zum Anfeuern. Ja. Da hat er hier dieses Gestell da oben noch drauf. Und da der Brenner. Manne, willst du uns da was dazu erzählen? Ach, ich hab mir halt überlegt. Nur mit Holz auf die Schnelle ist blöd. Dann machen wir noch eine Alternative mit Gas. Wenn man Holz zu Hause hat, dann kann man auch mal mit Gas auf die Schnelle was machen. Und kann es wieder ausschalten und muss nicht warten, bis das ganze Ding getempert ist. Ja. Geil. Und weniger vom Geflug. Und so darf die Manu nachher das Gemüse machen. Und ich schmeiß dann hier auf den Grill, auf den Tyros, ja unsere Bratengeschichte. Wird eingerichtet in direkte und indirekte Zone. Ganz einfach. Und ja, hoffentlich nachher ganz lecker. Ja. Ja, ob die Kohlen weiß oder die weiß. Ich weiß wirklich nicht. Bring mal her. Geh ich halt wieder Hände waschen. Egal. Wir legen jetzt einfach das Fleisch hier schön in den direkten Bereich. Nachher mal drehen. Und lassen das grillen. Bei, ja. Wie viel hast du eingeregelt? 130 Grad? 140 Grad? 120, sowas. Ja, sowas um den Drehraum wird sich's einpendeln. So, Leute. Keine Ahnung. Viertelstunde, 20 Minuten. 100, 100, 140 Grad. Schauen wir ganz einfach ganz kurz mal rein. Boah. Ne? Gesehen? Ja. Es grillt so vor sich hin. Ganz leicht Farbe hat's schon angenommen. Einfach drauf liegen lassen. Mehr müssen wir gar nicht machen. So, da leh. Dann gucken wir mal wieder. Manfred lüpft den Deckel. Oh ja. Boah. Du brauchst ihn nicht weglegen. Kannst du ihn wieder drauf tun. Der ist heiß. Ich hoffe wirklich, dass seine Kohlen reichen. Der ist nicht gescheit drauf. Mann, ist das ein Grill. Nicht pappeln. Ja. Besorgt eine ordentliche 57er Weberkugel. Nein, die rutscht so schnell. Egal. Stunden später. Okay. Hat sich da immer noch nicht. Ja doch, ein bisschen hat sich getan. Wir drehen jetzt auf alle Fälle mal um hier. Ja, oder ruck. Ein bisschen darf es auf alle Fälle noch. Manfred hat noch ein paar Kohlen hinzuschmeißen dürfen. Auf mein Geheiß hin. Und naja. Jetzt sagt das Thermometer irgendwas von 150 Grad. Abwarten. Ein bisschen Licht wäre hier nicht schlecht. Weil so sieht man ja gleich ganz und gar nichts. Leider ist es jetzt schon ein bisschen dunkler geworden. Kannst du das auch machen? Ja, ja. Hauptsache Licht. Licht. So ist es. Es wäre also Licht. Licht. Oh, schön. Wird es schon warm? Ja. Und was haben wir denn da alles am Gemüse? Zwiebeln, Zucchini, Champignons, Paprika. Schütt dabei rein, dann sehen wir es ja wenigstens. Na gut, wenn du von der anderen Seite geschüttet hättest. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber man sieht, die Pfanne ist gerade recht so. Jo, jetzt haben wir die. Sehr schön. Jetzt können wir auch die ein bisschen herzoomen noch. Jo. Ich lasse jetzt die Cam einfach mal mitlaufen. Ich würde es aber mehr in die Mitte stellen, die Pfanne erst einmal. So. So. So sieht es besser aus, ja. So. So sieht es besser aus, ja. Lecker Gemüse. Tomaten vergessen. Kochteltomaten. Die kommen natürlich mit dazu. Du musst aber jetzt genau sagen, was du machst, weil allzu viel erkennt man nicht mehr. Drei Klublauchzehen habe ich jetzt klein gemacht. Die kommen beim Gemüse jetzt dazu. So. Bisschen Pfeffer rein. Bisschen Salz. Und ein paar italienische Kräuter mache ich jetzt dazu. Schütz doch einfach drüber. Ja, Schatzi. Hau ordentlich drauf. Soll ja nach was schmecken. Also Riesen tut schon mal gut jetzt. Ja, und wenn das Gemüse dann soweit fertig ist, können wir auch das Filet schon vom Grill runternehmen. Und dann gehen wir rein zum Essen. Was kommt da noch mit rein? Bisschen Sojasauce. Bisschen Sojasauce. Ja. Gut. Na, da bin ich ja nachher gespannt, wie das schmeckt. Aber ich bringe jetzt schon mal die Chem rein. Das Filet und den Braten schneiden wir dann in der Küche auf. Und danach sehen wir uns am Tisch. Also erst Küche, dann Tisch. So, da liegt jetzt das Teil. Ich mache jetzt erstmal die Schnur hier weg. Die war ja nur gedacht, dass sich der Bacon ja nicht ablösen kann. Und das hat ja so, wie es aussieht, sehr gut funktioniert. So. Vielleicht mit dem Zeug. Braucht kein Mensch mehr. Dann machen wir erstmal einen gekornten Mittelschnitt. Um zu sehen, wie das Teil innen aussieht. Wunderbar. Wunderbar. Genauso, wie es sein soll. Tja, und jetzt schneiden wir schöne Scheibchen runter. Und dann essen wir erstmal das gefüllte Filet. Fleischkabel oder irgendwas wäre nicht schlecht gewesen, dann würde ich mir nicht so die Finger verbrennen. Heiß. Oh, sieht das gut aus. Halt, da ist noch ein Stück Schnur. Ach ne, innen drin haben wir ja auch noch Schnur. Da muss man natürlich nachher aufpassen. So, das schneiden wir auch gleich ein bisschen kleiner. Heiß. Doris, hast du keine Fleischkabel? Nein. Warum nicht? Tja, und dann können wir auf die Teller anrichten. Also Leute, das sieht mal richtig lecker aus. Richtig toll. Die Schnur muss man halt noch rauspopeln, aber ansonsten freue ich mich jetzt aufs Essen. So Leute, dann wollen wir mal. Und das Gemüse rundet das mal richtig geil ab. Lecker! Aber wir essen ja jetzt. Jetzt gibt es ja nachher nochmal ein Fleischanschnitt. So Leute, da haben wir das andere Prachtstück. Das Problem ist nur, dass wir eigentlich schon voll sind. Naja, jetzt probieren wir hier mal, das anzuschneiden. Och, butterzart, butterzart, schaut euch das an. Das sieht schon geil aus. Ich schneide jetzt hier das Stück einfach nochmal in Scheiben. Und dann schauen wir mal, wer noch was nimmt. Na. So. Na, das sieht doch mal richtig gut aus. Ja, nochmal eine Nahaufnahme. Leute, eigentlich bin ich schon überfressen. Aber ein kleines Probiererle jetzt von dem auf alle Fälle noch. Das schmeckt mir fast noch besser als das Filet vorher. Ja, richtig, richtig geil. Naja. Noch ein bisschen Essen und... Leute, ich glaube, das Fazit sprechen wir dann morgen. Hey ho meine Lieben, neuer Tag, neues Glück. Leider nur die Rückfahrt nach dem 3-Sterne-Frühstücks-Buffet, was ich jetzt natürlich nicht gefilmt habe. Aber, ähm, ihr könnt schon näher treten. Sprechen wir jetzt noch das Fazit von gestern Abend. Und waren ja im Prinzip zwei Videos in einem. Einmal das Schweinefilet und einmal der Fächerbraten. Ja, dann fange ich auch mal an. Schweinefilet. War lecker, war sehr lecker. Manfred, du kannst noch ein klein bisschen rüberkommen. Er sagt, ich bin so warm. Also. Ähm, Schweinefilet war sehr lecker. Ähm, auch mit dieser Bratwurstfüllung. Ähm, Bratwurst haben wir ja noch abgeschmeckt. Noch ein bisschen Gewürz und Zwiebeln hinzu. Das war richtig geil. Ähm, sorry. Auch wenn ich sagen muss, es war von der Würzung her an der Grenze zwischen gut und überwürzt. Aber es war eben noch, wie gesagt, in Ordnung. Ähm, der Fächerbraten, der war mal richtig gut. Der war genau richtig. Der war noch saftig, obwohl es ein Schweinerückenstück war. War richtig saftig. Ähm, der Käse oben drüber war richtig schön knusprig. Einfach ein Traum, ein Gedicht. Genau, so kann man es sagen. Gut. Gemüse. Was Manu gemacht hat, in der Pfanne auf diesen Riesenbrennerteil, war auch richtig, richtig geil. Ja, dann gebe ich an dir, an dir, an dich das Wort weiter. Richtig gutes Essen. War viel zu viel, aber war richtig lecker, das Essen. Ja. Ich kann mich dem Ganzen nur anschließen, es war saulecker mal wieder. Obwohl es auf einem ungewohnten Holzgrill gemacht wurde. Holzkohle. Holzkohlegrill, ja. Mit Holz. Ja, Holzkohlegrill. Also ich bin von dem Tyros kein Freund. Also mir hat es auch wunderbar geschmeckt. War herrlich, war ausreichend. Vielleicht ein bisschen viel mehr als ausreichend. Aber, ja, man konnte wieder ein bisschen was runter trainieren. Ja, weil wir konnten nicht aufhören zu essen. Richtig. Gut, ich sage danke, dass wir wieder da sein durften. Immer wieder gerne, können wir nur sagen. Das Wochenende hat mir mehr Erholung gebracht, als eine ganze Woche von meinem Urlaub, muss ich ganz ehrlich so sagen. Das freut uns. Ja, und ich hoffe doch auf demnächst wieder. Natürlich. Ja. Kein Thema. Auf jeden Fall. Gut, in dem Sinne, Tchaikovsky Leute, bis zum nächsten Mal. Schieb mich nicht so rum. Schieb mich nicht so rum.